Seid gegrüßt bei einer weiteren Folge Minecraft. Wie ihr seht, ich bin da dran, hier eine kleine Brücke hinzusetzen, damit man aber schneller darüber kommt, anstatt da runter zu rennen und wieder hoch zu rennen. Und wenn man zurück will, wieder runter zu rennen, wieder hoch zu rennen. Es ist so vielleicht einfacher. Warum mache ich das? Nicht nur der Bequemlichkeit wegen, sondern weil es mir Spaß macht. Hier brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Das ist auch noch Kohle. Das heißt, wir müssen gleich wieder Kohle sammeln. Und ich brauche noch mehr hiervon. Wo sind die? Da. Ich brauche mehr davon. Ich höre zu. Denn es könnte bald schon wieder dunkel werden. Was soll das denn? Komm, Klebe. Und da brauche ich dafür noch eine Biene. Wie fange ich denn eine Biene? Verdammt. Oder kann ich die auch mit der Blume in meine Richtung locken? So wie andere Tierchen zum Beispiel. Hallo Blume. Äh, Blume. Hallo Biene. So ist gut. Das Ding muss weg auf Dauer. Okay. Kommt jetzt hier eine Fackel drauf. Das hier muss weg. Das nervt doch nur. Na, den Baum ein bisschen stutzen. Ja, drunter ist auch noch Holz. Na. So, und da. Haha, guck mal da. Ist auch noch Holz. Da kann ich hier hin. Und dann komme ich da dran. Super. Dann kommt jetzt das Ding hier hin. Oh, da werden sich die Bienen aber freund drüber. Wie komme ich das Ding jetzt hier einfach... Okay, so geht es kaputt. Habe ich wahrscheinlich schon mal ausprobiert, oder? Aber vielleicht suchen sie sich die an die Bienen, die da gewohnt haben, ein neues Zuhause. Ach, wer weiß ja schon. Ja, machen wir jetzt hier. Dann könnten wir hier noch ein bisschen schöner machen. Habe ich noch Stufen dabei? Perfekt. Komm, setzen wir jetzt hier noch zwei Stufen hin. Habe ich noch mehr von den anderen Stufen? Nein. Aber wir haben gleich wieder Lichtprobleme. Deshalb... In der Mitte der Treppe sollte ich vielleicht auch noch so ein Fackel hinsetzen. So. Einmal hier. Komm ich jetzt direkt hier das Licht drauf. Und einmal direkt auf deiner gegenüberliegenden Seite. Ja, passt doch. Gefällt mir. So, dann schnell ins Bett, bevor hier irgendwelche Viecher wieder spawnen, die ich nicht brauche. Und am nächsten Tag versuche ich mir mal so eine Bienen mitzunehmen. Und mal gucken, ob das funktioniert. So, schnell ins Bett. Und weiter geht's. Holen wir uns mal hier so eine Blume. Welche nehme ich da mit? Ach, komm ich habe mir eine so mit. Und eine hiervon. Vielleicht schaffe ich es damit ja, die Biene hierher zu locken, dass die dann da reingeht. Wenn die da drüben sieht so einsam aus. Hat auch kein Zuhause mehr. Armes Biene. Biene, guck mal, ich habe eine Blume für dich. Bienchen. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Na komm. Na komm. Boah. Ich bin ja gar nicht so doof, wie ich aussehe. Guck mal hier. Hier ist dein neues Zuhause. Hier ist dein neues Zuhause, liebe Biene. Bleib hier. Aha. Sie paart sich gerade mit der Blume. Hast du verstanden, dass das dein neues Zuhause ist? Das würde mich ja sehr freuen, wenn du das verstanden hast. Auf jeden Fall, du magst die Mondblume. Das ist doch schon mal... Oh, sorry. Wo willst du hin? Komm, ganz im Ernst. Hier sind so viele Blumen. Und ich habe extra hier so einen Kasten für dich. Ah, ist auch egal. Also wenn das funktioniert, geil. Wenn es nicht funktioniert, ist das auch in Ordnung. Da habe ich es wenigstens versucht. Okay. Als nächstes kommt jetzt hier... Deshalb braucht man so viel Dreck. Ich glaube, mein Standard-Fußweg wird nachher... ...wird ich aus Kies bauen. Habe ich denn welchen dabei, wenn ich... Ähm, nicht dabei, aber... ...hinten in meiner, ähm, Truhe. Wo ist die Biene hin? Ist die Biene weg? Oder ist sie in die Hütte gegangen? Kies. An der Sieg gibt es nicht einfach so einen Sortier-Button. Da oben habe ich ein bisschen Kies. Hüpf. Dann kommt... Ach, so clever. Kommt jetzt hier Kies. So, als Fußweg. Ja, kann man machen. So, dann kommt der Dreck wieder hier hin. Alles mal hier auf die gleiche Ebene bringen. Und dann haben wir es auch. Komm mal, hier noch mehr Kies. Gib es mir. Gib mir den Kies. Passt doch. So, so ist doch schön. So ist doch schön. Oh, die Biene ist fleißig am Arbeiten. Die bleibt da drüben in der Nähe. Das erfreut mich. Das erfreut mein tiefschwarzes Herz. So, schön. Dann haben wir das hier. Dann machen wir hier noch ein bisschen... Ein bisschen gerade. Fackel da hin. Dann wird das auch hier bald zugemestopft, damit das hier nicht mehr so wirr aussieht. Geil. Dann kann ich jetzt da rüber rennen. Und bauen wir jetzt erstmal ein bisschen hier von der Kohle. Kommen wir jetzt wieder zu Kohle, Kohle, Kohle. Schön. Dann kommt der hier auch weg. Dann kommen die Treppen nach oben. Und vielleicht kommt dann irgendwann hier oben auch noch ein Gebäude drauf. Aber nur vielleicht. Andererseits. Das Spiel hat ja sonst keinen Sinn. Außer vielleicht sie einzufinden. Ich sehe jetzt nur die Frage, will ich da hin? Die andere Frage, warum denn nicht? So. Die ganze Kohle hier noch mitnehmen. Das ist... Jetzt reicht mir die ganze Stackkohle. Soviel ich weiß zumindest jetzt in meinem Ofen habe. So. Und ich habe gelernt, ich sollte meine Dorfbewohner, die ich da hinten ausgenommen habe, denen das Material die Haie wiedergeben. Damit ich mal mit denen, mit denen wir Handeln betreiben kann. Aber, das werde ich nicht in dieser Runde machen. Nämlich entschuldigen bei denen, bei meinen Nachbarn und denen alles. Wo kommst du denn her? Wo kommt der denn her? Wahrscheinlich der hinten aus dem Wasser oder so, ne? Hat sich die ganze Zeit im Wasser aufgehalten, damit er ja nicht anfängt zu brennen. Oh, der ist hier irgendwo... Ich dachte, ich wäre rechtzeitig schlafen gegangen, dass die Viecher erst gar nicht spawnen. Oder habe ich es doch nicht zeitlich geschafft? Na gut, ich hätte es auch von da unten kommen können, ne? Wollen wir unten mal schnell einen Blick reinwerfen. Aber nicht zu weit gehen. Habe ich eigentlich ein Schild? Ich habe kein Schild. Ach, dammit. Schild. Na komm. Kann ich jetzt mal da reingehen. Creeper. Noch ein Skelett. Ja. Ohne Schild. Ohne Schild. Ohne Schild mache ich jetzt nicht. Ich dürfte doch noch ein bisschen Eisen haben. Holz habe ich schließlich auch. Na komm. Schnell über gesprintet. Was ist denn richtig? Ein Schild kostet mich auch ein Eisen. Einen dürfte ich noch haben. Aber dann habe ich wenigstens wieder ein Schild. Ach, mir fehlt so viel, das fällt mir gerade auf. Habe ich ja alles mal verloren. Gut. Und dann mal wieder zurück rennen. Und was essen natürlich noch. So schöne leckere Steaks hier. Und sehe ich jetzt richtig, dass es jetzt schon wieder dunkel wird? Ach. Manchmal. So. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin gerade hier nur so zu Besuch. Ich bin hier so auf der Durchfahrt. Wo seid ihr denn alle hin? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Wo seid ihr denn hin? Hier ist nichts. Ich meine hier ist Kohle. Okay, cool. Aber. Nein. Nicht zu weit. Bloß nicht zu weit runter rennen. So. Letzter Raum. Weiter renne ich nicht. Vielleicht habe ich in dem letzten Raum hier... Irgendwas interessantes an Mineralien. Ich sehe nichts außer Kohle. Was haben wir hier unten? Kohle. 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 Gehen wir mal wieder nach oben. Und dann ist es auch schon wieder dunkel. Ist das nicht schön? Schnelles Bett drin. Ja. Das ist die Brücke schon praktisch. Ja. Okay. Ich sollte mal vielleicht einen Blick hinten auf meine Farm werfen. Ah. Spinne und ein Creeper. Ich hasse das. Okay. Mal einen Blick da hinten rein werfen. Sieht doch gut aus. Boah. Schnell schlafen. So. Ah. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Ihr seid am Brennen. Ich höre es. Fackelt mir bloß nicht zu viel ab. So. Hier hinten ist eine Spinne. Die werde ich noch killen. Das ist ja keine Giftspinne. Vor der habe ich jetzt nicht so viel Angst. Und tagsüber tut die mir auch nichts. Ich sage dann, ich greife sie an. Super. Dann kann man hier drüben schon die ersten Sachen ernten. Die rote Bete sieht auch fertig aus, oder? Ah. Du bist auch fertig. Definitiv. Nein. Ja. 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 Die ist auch fertig. Die waren nicht fertig. 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 Schön. Jetzt haben wir wieder. Ich mache es natürlich. Rote Bete Samen. Weizenkörner. Jetzt nehmen wir erstmal rote Bete an. Aber nicht da. Da kommen jetzt hier auch noch ein paar Weizen hin. Fertig. Boah. Wir kriegen jetzt ja massenhaft. Massenhaft. Material kriegen wir jetzt. Ist das schön. Wow. Hinten ist der Kürbis fertig. Der Kürbis sage ich schon. Die Wassermelone. Die Wassermelone. Wie ist das nett. Wassermelone. Weizen. Rote Bete. Verrottetes Fleisch. Ich habe keine Ahnung was man damit noch machen kann. Toll. Das ist gut. Jetzt werde ich auf jeden Fall nicht verhungern. Und jetzt könnte ich mich theoretisch wenig. Ich wollte auch vegetarisch ernähren hier. Aber nein. 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 Ich esse erstmal prinzipiell alles was mir in die Finger kommt. So. Was habe ich jetzt hier noch für schönes Materialchen. Ah. Ich wollte den Dorfbewohner dessen Material wiedergeben. Aber auch nicht jetzt. Wenn ich ehrlich bin. So. Da kommt das hier wieder rein. Ah. Ich wollte hier hinten auch noch fertig bauen. Ah. So viele Sachen gleichzeitig wieder. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Hier habe ich nichts. Bruchstein da rein. So. Eichenholzzaun. Da hinten habe ich noch ein paar braunes Banner. Hm. Eier lasse ich auch mal hier. Die Pfeile brauche ich auch nicht. Ich bin nicht so unbedingt der fairen Kämpfer. Ich könnte noch Kürbisse anbauen. Könnte ich. Dich. Ähm. Treppen. Ich brauche noch ein paar Treppenstufen. Erstmal. Das heißt. Dich. Und 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 dich. Perfekt. Das ist. Wenn es noch nicht fertig ist. Muss man echt aufpassen. Hier. Hier. Soll ich direkt hier schon runterkürzen. Ja. Wäre ja gar nicht so doof. Und hier. Fange ich jetzt nur noch mit Rot an. Und mache dann mit Kies weiter. Damit wir ein bisschen Abwechslung rein kriegen. Ja. Dann. Die Zwischenräume mit Kies ausfüllen. Ja. Finde ich gut. So. Dann würde ich hier die Kies reingehen. Wenn ich welchen hätte. Und ich glaube. Da drüben sehe ich auch was. Jetzt. Und dann wäre das hier nämlich der Weg. Würde ich den hier wieder zumachen. Aus optischen Gründen. Würde ich jetzt hier Kies reinsetzen. Oh. 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 Euch kenne ich doch. Okay. Euch tue ich aber nichts. Ich habe das Gefühl. Dass ich gegen euch verlieren werde. Andererseits. Ich wohne da drüben. Aber was könntet ihr für mich droppen? Autsch. Okay. So verschaffe ich mir einen Vorteil. Die anderen beiden rennen gerade weg. Und nur der eine entdeckt mich. Jo. Ich versuche es jetzt. Nichts. Dafür bringe ich ihn um. Hätte ich ihn auch am Leben lassen können. Dann hätte ich ihn auch am Leben lassen können. So. Andererseits denke ich mir gerade so. So schwer war der Kampf jetzt ja nicht. Na. Auch noch ein bisschen aufpassen. Aber egal woran ich bisher gestorben bin. Es war nie schwer. Oh. Danke. Oh. Du droppst das Banner. Oh. 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 Er hat das Banner gedroppt. Was habe ich davon? Oh. 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 Wenn ich mal hier schon oben in der Ecke bin, werfe ich mal kurz einen Blicken hier rein. Das ist nichts für mich. Hätte ja sein können, dass die hier ein bisschen ärziger eine Oberfläche für mich haben. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit diesbezüglich doch ein bisschen geringer ist. Wo ist ja mein Kies? Genau, vier Kies habe ich bisher erst. Hier drüben waren noch mehr. Genau, und da habe ich ja die Verrücken auf einmal getroffen. Okay, jetzt sollte ich mir noch eine Schaufel basteln. Aber zuvor kann ich hier noch ein bisschen Kies anbringen. Hier kommt aber schon... Wenn ich es hätte, würde es jetzt hier reinkommen. Also hier nochmal dieses Ziegelstein und diesen polierten anderen Korn, den ich nicht schabe. Deshalb bauen wir eine Schaufel jetzt erst mal. Die ich auch nicht bauen kann, weil ich das Material dafür nicht dabei habe. Oh, der hat sich optisch verändert. Das sieht aus, als ob der Honig raustropft. Genau, genau, was ich zerstört habe. Gucken wir mal nach. Ja, das mochtest du jetzt nicht, ich weiß. Ich tue dir auch nichts weiter. Ich gehe jetzt in mein Haus und lege mich schlafen. Sorry, liebe Biene. Es tut mir leid. Das wurde ich mal gesagt haben. So. Ja, mit dem Schlafen gehen verabschiede ich mich auch von euch. Danke fürs Zusehen und schaltet beim nächsten Mal rein. Macht's gut, bis dann denn. Ciao. Ciao. Ciao.